Herzlich Willkommen bei Donner und Rollstuhl in Bewegung im Jahr 2022 im Januar. Wir freuen uns hier in Rissen auf dem Tennis- und Hockeyplatz zu sein und begrüßen Hanna Granitzky. Wir durchleuchten in den Folgen so ein bisschen Hockey und Tennis, vor allem Hockey. Und was haben wir wieder dabei, Philipp? Ganz klar Training natürlich. Wir gucken mal, wie wird trainiert, wenn man nicht unbedingt auf dem Hockeyplatz steht. Und ja, was haben wir noch, Anna? Ja, wir gucken einmal hinter die Kulissen bei Olympia 2021 und natürlich auch Strategie und Psychologie im Hockey. Cool. Und wie geht das Ganze mit Hockey und Tennis natürlich? Im Vergleich. Ja, richtig, Geschicklichkeitsübung. Also schaltet ein, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.